So und da sind wir wieder bei South Park, Stab der Wahrheit. Und sowas kann man ja nicht machen, einfach Kinder verkloppen hier. Ah, ich hab doch grad kurz Fanate. Hä? Ich hab gedacht, die werden im Team. Achso, die sind im Team, die schlagen den Typen immer weiter. Wie komm ich denn zu euch, da oben? So kann man's natürlich machen. Aber ich muss doch irgendwie das da zerschlagen. Mit der Alien-Sonde. Gehen wir hierhin. Drehen am Rad. Nehmen das mit. Scherben, der Kron ist drin, wenn du es. 400 Rüstung einfach mal ignorieren. Ja, klar. Das macht auf jeden Fall Sinn. Da machen wir einfach Nagasaki. Ritterhelm. Aber nicht besser als das, was ich hab. Komischerweise. Da oben ist doch bestimmt auch noch was. Ich erinnere mich an Schuh. Schuh ist toll. Glückwunsch, Neuer-Chan. Du haben gesammelt alle Gene-Pokémon. Du haben großen amerikanischen Penis. Japanischer Penis, sehr klein. Okay. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Aber ich hab alle gesammelt. Yeah. Ich find ja, mein liebster von den Gene-Pokémon ist Schuh. Schuh ist einfach cool. Kann ich auch ganz oben. Das Fenster kann ich irgendwie auch nicht. Obwohl ich's eigentlich können müsste. Und ich hab alle. Komm schon. Now's our only chance. Aha. You're trapped. I have a level 14 thief and the Darklord's chief assassin. And you will all perish here and now. Douchebag, I'm stuck. Can you get me in? My three Nazi cow minions will take care of you. Wie kommt er? Ah! Genau! Sieht doch. Hehehe! Jetzt sehen wir, wie du gegen den dunklen Schabschluss und ein Kuck! Ich verriere, aber ich habe die andere Kuh getötet, weil die nicht mehr weiterkommen, hallo? Jawohl! Jawohl! Also mein Team ist immer noch cooler. Und nicht Freezer. Ah, das könnten wir auch machen, aber das machen wir alle in der Reihe weg. Ich habe doppelt gedrückt. Ja, toll, dein Spiel. Wie soll die aussehen? Wie soll die aussehen? Fuck you. Dann machen wir alle. So, einer ist weg. Geh weg mit deinen Naruto-Sachen hier. Vor allem ist einer von denen voll stark angegriffen. So macht man das. Schönen Dank, dass ihr nur ihn angreift. Dadurch kann ich nämlich jetzt Angriff erhöhen. Und dann machen wir... Der hat eine Verrückung. Auf geht's! Sammeln... Sammeln... Leider kann ich nix mehr, also... Jetzt kommt er mir hier mit an. Oh, ich hätte dagegen... Angriffen... ... Ahhhhhhh Hauptsache es funktioniert einfach nicht. Ich kann den wahrscheinlich nicht mehr aufhalten, aber ich kann das besser. Ich exekutiere dich jetzt. Läuft. Wo sind die Höhlen? Kann ich mich auch noch bewegen? Schwefel. 100 Feuerschaden. Was macht der Chakram denn? 50 Feuerschaden, das bessern wir auf. So. Auf geht's nach oben. Ritterrüstung. Immer noch irgendwie. 150. 130. Aber da kriege ich 100 TP wenn ich einen Feind töte. Und ich heile mich die ganze Zeit. Ja. Finde ich im Moment besser. Wenn ich mich durchgehend heile. Sieht zwar scheiße aus, das Teil, aber... ne? Ja. 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 Ich bin mein Lieblings-Klinik. Ich habe herausgefunden, was sie gemacht haben. Sie waren für ein Kandidat für eine Snüke. Sie werden alle von South Park verabschieden. Sie werden alle von South Park verabschieden. Sie haben die Snüke nicht verstanden. Sie haben hier die Snüke gesetzt. Wer diese Leute sagen, dass sie Taco Bell sein können? Wir sollten uns wissen. Wir sollten uns wissen, dass Taco Bell ist viel zu kompassioniert und künstlich, um zu sein, zu sein. Die Qualität ihrer Charaktere, wie die Qualität ihrer Essen, sollte sie niemals kommen. Dad, wo ist die Frau mit der Snüke? Sie haben sie nicht in eine Frau. Ich erinnere mich, dass es diese großartige Leute gibt, und sie mich auf den Boden in meine Haus. Und dann habe ich mir gedacht, das ist lustig. Aber warte! Ist das ein Thermonuclear-Divis? Ich hatte ein Bier, also ein Thermonuclear-Divis auf meine Arsch war nicht komplett aus der Frage. Oh, Jesus Christ! Wie lange habe ich das? Wir wissen nicht, Herr Slave, aber es könnte ein paar Minuten sein. Aber was hast du für dich erwartet? Pulle es raus! Keine Ruhe? Oh Gott! Aber wir müssen es tun! Für alle! Oh Gott! Das Icon! Oh Gott! Wow! Das Kind ist voll von Überraschungen! Quick! Geh da da und disarm den Snook! Hurry! Oh! Sei vorsichtig! Ich war ja nicht, aber hier ist jemand, den ich kenne. Und da ist glaube ich die Bombe, denke ich mal, oder? Ich gehe. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Läuft ja von Musik. Das wäre ja witzig, wenn ich den jetzt hier drin rufen würde, oder? Und ich könnte es tun. Aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Wie geht denn das? Such dich davon zu heilen. Und auf geht's. Ich werde es eh nicht schaffen, aber wir probieren es. Fuck. Funktioniert nie. Ich hoffe, diese Allianz kann lasten. Vielleicht kann jemand mit Wasser helfen. Wasser. Mit Wasser? Er hat Wasser. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ich meine, macht Sinn. Oder nicht. So, wir versuchen es weiter. Hoffentlich kriegen wir diesmal hin. Was? Ist da gerade eine Nazi-Bakterie gewesen? Okay. Ähm. Der Timer. Ach, der Timer geht gar nicht. Ich habe nur gedacht, weil der Timer gerade abgelaufen ist, dass ich mich hier beeilen muss. Hallo, Mr. Zylinder. Hallo, Mr. Zylinder. Hallo? 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 Hör. 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 ich verstehe nicht warum der hitler größe zensiert werden ich denke nicht dass man die erkennen kann oder das sind bakterien die haben keine ahnung warum sagen die immer mein unleben das macht gar keinen sinn wie pro klinge schlechter als das was ich habe so da müssen wir die batterie wohl rein tun ok kommen wir dahin ja wichtig staub noch mal einsetzen noch kleiner werden geht ja nicht der fief wird bestimmt gleich aufstehen ja wenn ich hier nicht auch immer da so viel daraus wie ich tun ist kondomkappe für ihr vergnügen und feuer schaden 25 prozent stand da glaube ich ne ist das besser als 100 feuer schaden ich habe keine ahnung ich bin der sparrowprinz ich bin der sparrowprinz wie du ich habe zuerst benutzt als ein anal plaything und so vergesst in diesem Ort jetzt musst du meinen wunderschönen spirit in order to move forward ich weiß ich wirklich nicht so wunderschön aber glaub ich bin ich weiß nicht so wunderschön aber nicht so wunderschön aber nicht so wunderschön aber also wenn wir ihn treffen dann treffen wir bestimmt auch noch katata fisch da läuft gerade lemmywings äh musik rum da kann ich bedenken dass der nicht bluten kann so dass ich keinen so machen ok damit habe ich jetzt nicht gerechnet ach die kommen bestimmt wieder der rät so ziemlich alles sammeln und ja dann können wir trotzdem machen macht zwar keinen sinn aber können wir machen die musik geht ab sammeln reflektiert der einfach scheiße zombie wieder gebohrt ja genau macht wieder sinn jawohl ja jawohl das macht sinn ne ich meine das können wir trotzdem machen ich meine das können wir trotzdem machen angriff erhöht mal drei heil mich schönes tag der auch schönen tag er hat immer noch reflektieren an aber ich kann nur so angreifen sei denn ich wechsel jawohl das die 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 ich so die sind die 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 Einmal exekutieren. Für noch mehr Angriff kriege ich aber nicht. Aber macht doch bestimmt immer noch Schaden, oder? Nö. Hätte das sein können. Ja, dann, äh, bleibt uns wohl noch dabei übrig. Jetzt sind die immer noch hier, ey. Tod der 1000 Schnitte. Du blöde Schnitte. Da ist doch gar nichts, was ich treffen könnte. Und die Flagge trotzdem drauf. Ich hoffe, ich brinke mich. Fuck you. Schönen Tag. Brennt. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. So, jetzt stirb. Ja, krieg ich den jetzt auf Facebook? Naja, äh, wie? Ich seh auch gerade. Ne? Wir haben schon über 20 Minuten. Aber ich mach die Datei hier noch kaputt. Und ich geh hier runter und hol mir da irgendwas. Oder auch nicht. Ich werde mal eins. Ähm. Äh, ich bin nicht die Firma für das. Wir haben unsere Ordens. Ja, aber wie kann man immer die Sch***-Jobs bekommen? Geh, die Barriken. Geh, die Zivilisten in ihren Häusern. Geh, ein Manns-Bud-Hol und schau, gegen die Intruder. Das ist total. Arme-Garben? Was machen sie hier? Wer, die Stadt zu blockieren, will nicht jemanden stoppen. Du musst nach ihnen gehen, Neukid. Geh, sieh! Okay, das mache ich dann mal. Ich könnte einfach auf mich drausschießen, denn ich wäre schon tot, aber machen sie nicht. Auf geht's. So, hier für dich. Warum auch immer, dem das so viel Schaden macht. Und dann nochmal für dich. Ja genau. Ich wäre einfach mit dem Katana, weil eben so ein Schuss ab macht Sinn. So, hier noch mehr Bluten. Überlebt ihr eh nicht. Von den Bluten her. Weil ihr habt jetzt schon fünfmal Bluten und da sterbt ihr, wenn ich jetzt nicht gewinne. Ich muss jetzt eigentlich nicht mal vernünftig kämpfen. Ich kann einfach draufschlagen. Er hat ihn getötet. Ich finde, dass du super bist und ich möchte, dass jeder das weiß. Taktische Rüstung abzeichen. Cool. Hatte ich nicht sogar. Nö, hatte ich nicht. Na gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir hier weiter. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao.